Heute ist Samstag der, keine Ahnung, 28. und wir fahren jetzt, hallo, eine Runde mit dem Lastenrad und in Leiner und hier, die leer ist. Die ist auf An. Und wenn sie leer ist, packt ihr sie hier rein. Jetzt hat es natürlich gerade angefangen zu regnen. Wir sind gerade los und ja, fahr mal vor. Ja, der Mann, ganz wunderbar, fährt in Leiner. Ich kann was machen. Hauspapier. Nee, die fühlt sich voll geil an, so 360-mäßig. Wir fahren hier gerade, hier. Sieht ihr es nochmal? Wir sind hier gerade und fahren, oder? Da vorne ist es, hab ich. Das sieht so weit weg aus bei mir, siehst du? Ja. Jetzt zieht es schon richtig. Ich guck an. Ich mach meins auf, mein Fenster. Ja, warte. Ich guck an. Ich guck an. Ja, ich guck auf der richtigen Seite fahren, aber das? Nee, kannst du ganz fliegen, ne? Aber ich kann nicht auch machen. Wir waren an der Seite, ne? Okay. Dann müssen wir mal zum Flugzeug her hochkommen. So geht's leider erstmal auf der Straße fahren. Egal, ob die sich ab... Kannst du mal rein? Das sieht so weit weg aus bei mir, siehst du? So, vier Minuten hier die Aufnahme. Geht so rein. Können wir mal tauschen? Ja. Okay, komm, wir tauschen mal. Ja. Junge, wie immer meine Mama und die Kamera filmen kann. Ja. Da hat mir da gehört wieder hier, äh, gehört die rein. Papa, warte! Ist das los? Ja. Sag, wenn, dann mach ich die hier wieder ab, wenn es euch zu kalt wird. Ja. 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 Wie sieht man es? Papa! Papa! Ja. Hallo. Geht die da unten? Ja. Irgendwie wollte nur die Kamera hier auf diesem Bildschirm. Hä? Wie geht das? Also runterwischen? Nein. Also hochwischen und dann kommt es da auf die Kamera. Was denkst du denn? Ich fahr jetzt auch zu filmen. Vielleicht will ich jetzt mal mit dir reden? Ja, ich fahr ja nur ran. Also hier ist extrem scheiße. Das ist gleich über die Ampel. Deswegen fahr ich hier auch nicht auf den Ding, das ist die Autofahrer. Ja. Da kommt wahrscheinlich gleich gar nicht an den Ding hier. Hier ist mir das zu eng. Ich habe die Angst, dass sie wieder zu nah an den Rand kommen, weil da ist ja das ganze Edelblatt. Mir kommt kurz hier. Hallo ihr Kinder. Hallo. Hallo. Ist es mein Licht? Ja. Komm mal. Ja. Ami. Di, 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 di. Wui, wui, we. Wui, we, wui, we... Wui, we. Hau. Wui, 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 wui. Guck wie weit weg das aussieht. Hallo Hallo Wir zeigen den Papi da jetzt Warum passt der nicht? Ich habe die Fahrrad nicht verschoben Hallo Hi Papi Hula Papi Guck mal Ich fahr mir dann das Video an Ich sollte einfach weiterfahren Was? Es ist ja auch echt gegenverkehr hier. und nun und allem. Ich bin halt zu Hause. Du musst mal suchen, ich glaube, du machst das richtig machen. Du bist so höher, wie du oben bist. Ich krieg's ja noch da nicht mehr. Da waren wir bei Höfstlern. Das ist ja noch so gleich geworden. Deswegen ist der der Weg von Meinen. Nein, Mama, ich will nicht auf die Straße. Das ist jetzt hier, so weil ich hier auf der Seite bin. So nach der Wand. So nach der Wand. So nach der Wand. Der übersteht da, falls ihr das sehen könnt. Warte, ich guck mal. Ich kann mich nicht so weit niedersehen. Ich kann mich nicht so weit niedersehen. Das lebt einfach nicht. Ich will mal die Füße. Ich bin schon mal, ich könnte das hier so ranknippen. So. Nee, da. Ich bin schon mal, ich könnte das hier so ranknippen. Oder ein Helm. Guck mal, wie weit Backpack ist bei mir. Hast du dir sicher, dass ich die ganze Buschel sah? Guck mal, wie weit entfernt hier? Ja. Fabius. Ein Buschel. Mülleimer. Und... ... ... ... ... Guck mal, oh, nein. Schon zwölf Minuten. Das Licht ist ja nicht so lang, aber wir fahren schon zwölf Minuten bis nach Hause. Und ihr habt mein Handy noch, ne? Ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich hasse es an der Straße. Die Kamera dreht sich. Oh, nein. Ich werde die ganze Zeit aufpassen. Was, wir müssen jetzt auf dieser Seite bleiben, ne? Ja. 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 Das ist der Ausgabe. Die Vorentilkante לא, das war das. Ah, jetzt geht's bei dir auf. Aber dir geht das nicht wieder. Ich fülle meinen Händen. Den Regen war so schön bei dir raus. Hallo Papi! Guck mal, wie weit Papi weg ist. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Das war's für heute. Komm mal, du hast einen Kuss. Komm mal, du hast einen Kuss. Komm mal, du hast einen Kuss. Komm ja. Komm ja. Wirklich? Ja, du kannst Papa mal die Kamera halten. Was? Und uns von der Seite filmen. Was? Warum fliegt der Wind? Papa, muß uns filmen, was für mich am Pfeilen. Papa! K liebe's. Ja, oder? Ich denke, der darf uns weg. Ich auch. Irgendwas da drin ist. Wir haben auf dem 4. Platz war so ein gruseliger Opa, der an die Büsche geguckt hat. Ja, und deswegen sind wir schnell weggesandt. Nee, das geht ja gar nicht. Kann ja auch ein Oma sind, oder was? Ja. Nee, also das geht gar nicht. Hast du Papa erzählt? Nee, aber wir sind dann schnell dahin gerannt, aber genau da bist du zusammengekommen. Dann ist der schnell weggegangen. Nee, das sieht aus, als wir auf der Straße fahren. Obwohl das keine Straße ist. Ja. Mama, weißt du noch, wo wir Sonnenblumen mitnehmen sollten und dann genau auf Zufall da irgendwo vorbeigefahren sind? Ja, auf Zufall, ne? Ja. 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 Hä? Können wir mal in ein Maislabyrinth? Ja. Aber ich glaube, das müssen wir dann in Sommerläschen machen, ne? Was? Im Sommer, wenn der Maisläschen spielst. Ja. Aber da hab ich Angst. Der ist ja herzig, wenn er alles rüberkommt. Ist auch nie egal. Warum möchte er aber filmen? Äh, ja ja. Fasten haben er und��다 auch raus. Oh! indisponative. п Mama, da war der Weg, wo sonst Blut verkauft worden, aber alle sind schon weg. Ja, hier ist die Straße, so geil weiß. Aber nee, das sieht geil aus, obwohl wir so weit weg sind, ist es so, ich wach. Wir sind so weit weg, ich auch noch mal so geil. Joel, mach mal zu, wenn du so falsch bist. Ja. Soll ich denn auch machen, wenn du so was machst? Joel? Nee. Nee, das sieht geil aus, obwohl wir so weit weg sind, ist es so, also obwohl wir so da sind, ist es so weit weg hier auf der Kamera und so geil. Dann sieht man es, wie ein Geiler besser ist. Was? Ja, ich liebe deinen Schal. Ja, nee, vielleicht kann man mich faszinieren. Ja, wenn sie nach da gehen. Hande, handen sind die anderen alle angehalten. Nein, 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 nein. Schau, du warst gleich hier. Eela, wie fandest du, wo ihr in der Zeitung standet? Nein. Ich auch, ich wäre abgedanzt. Manchmal standen wir in der Zeitung, wo wir mit dem Baden umgekippt sind. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch. Ja, wir sind drei Kinder umgekippt mit einem Fahrrad. Da hat Opa gesagt, unser Opa, wir standen in der Zeitung. Also hat der zu mir gesagt, dass die eher... Hier vorne sieht es schön aus, nämlich, aber da auch irgendwie... 25 Minuten schon. Da sind Pferde! Da waren schon Pferde, die ich hier geboren habe. Ich hab da hinter den Pferdebeig geflohen. Dieses Haus? Nee, ich zeig euch, das letzte Fahrrad dann gleich vorbei. Aber da sind die Pferde, aber da sind die Pferde. Aber da sind die Pferde, aber da sind die Pferde. Ich zeig zu machen, da ist noch keiner. Also einmal ein Gäste, aber das sind die Pferde. Ja. Die Pferde, Leute. Leute. Ich finde das Süßeste, das Kleine, das Pony. Ach so, ja. Das Kleinste da. Du hast auch ein Bauer, hast du den gesehen? Ich glaube gleich. Ich hab da so viel Erbung. Ich hab da. Tesla? Ja. Was würdest du dir kaufen? Tesla oder Lamborghini, wenn du Bias im Kleinen würdest? Ich ja. Ja, also ist nur schnell. Aber Tesla, da kannst du dich auch rumschälen. Ich weiß nicht, wenn man z.B. Da kann man auch nicht schlafen. Ja, so. Oder wenn man zum Beispiel Autobahn ist, kann man auch snackieren. Oder man kann auch ein Spiel spielen. Ach ja, das war so geil. Wollen wir es machen, wenn die wieder gewaschen ist? Keine Ahnung. Ich filme schon 27 Minuten. Was? Was? Was hast du gesagt? Wo wir hinfahren? Ja. Okay, komm. Komm. Kannst du zumachen? Okay. Wir gleich erst. Ja. 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 Hallo Papi. Hallo Papi. Hallo. Kann mir jemand mal meine Trinktasche geben? Ja, na klar Papi. Bitte bitte bitte. Einmal. Einmal. Wir sind rechte unter dir. Oh, warte. Nein, mein Helpy. Einmal heimlich. Ja, warte kurz. Heimlich. Wir sind auf der Decke, weil uns ist richtig kalt. Aber ja, wir wollen ja gehen. Oh, muuuu. Hallöchen. 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 Es ging ja doch schneller als, äh. Ich dachte, es geht gut, ne? Außer die scheiß Kastanien überall. Also für euch ist das nicht so schlimm. Aber für Hinländer ist Kacke. Aber geht gut. Wir sind jetzt hier auf dem Döpen. Hier habe ich mal gewohnt. Ja. So. Dann gehen wir jetzt auf gleich weiter. Der schöne Mülleimer da im Hintergrund. Ein wunderbares Bild. Nicht lange fackeln, weiter. Das ist auch so bei den Spielen. Immer bei so ein sonniges Wetter wollen dann in Spanien spannen gucken. Ja. Gleich? Ja. Worauf? Auf Main. So. Ein bisschen Inliner fahren. Grüner Jägerweg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, hast du das kleine Mini-Haus gesehen vorhin? Da war das hier. Da, auf der rechten Seite, das ganz kleine Mini-Haus. Da war das hier. Da war das hier. Da war das hier so groß. Aber jetzt sind wir Glenadendorf. Hä? Was? Ich habe auch keine Jacke. Oh, das ist doch gar nichts. Die müssen sich die Decken drüber machen. Ja. 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 Ja.